Du hast ja auch ein Buch, Hätte ich das mal früher gewusst. Ja, genau. Wie heißt denn das Buch? Das hast du doch gerade gesagt. Was habe ich gerade gesagt? Hätte ich das mal früher gewusst. Was hättest du gern früher gewusst? Ja, so heißt das Buch. Wie heißt das Buch? Hätte ich das mal früher gewusst. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Der kam richtig an, alle lachen hier laut. Okay, das ist der einzige gescriptete Teil hier in dem Podcast. Ich finde es nicht schlecht, weil das in meine Instagram-Story posten.